Ausgeschlossen. Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der Kantinentür. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Mein Name ist Franziska Ortado. Ich bin Rechtsanwältin in München und Fachreferentin für die WF. Und ich freue mich, auch mit dir, Sandra, heute an meiner Seite durchstarten zu können. Ja, Franzi, ich freue mich auch. Mein Name ist Sandra Becker. Ich bin Volljuristin und Fachreferentin im Hause der WF. Und wir haben uns natürlich zum Start auch wieder eine ganz besonders schöne Entscheidung für Sie rausgesucht. Etwas Entspanntes, etwas Lustiges, etwas Lockeres. Es geht nämlich um eine Kantinentür, die in einem Betrieb die Gemüter etwas in Wallungen versetzt hat. Da ging es um durch mehrere Instanzen. Und zwar war das ein Theater. Und die haben eine Kantine. Die hat eine Außentür zur Terrasse. Und grundsätzlich war die eigentlich immer offen. Das ist ja auch ganz nett. Stell ich mir auch schön vor, wenn man so eine Kantine hat. Und dann zur Mittagspause kann man dann rausgehen, sich auf die Terrasse setzen. Ja, Sonne genießen. Am besten noch, ich stelle mir das vor, in so einem kleinen Garten oder so irgendwo im Grünen. Ist es ja. Es ist tatsächlich auch im Stadtpark, genau. Also diese Terrasse von dieser Theaterkantine, die Terrasse geht in einen schönen Stadtgarten. Genau. Und das fanden auch 40 Studenten super schön. Genau. Und die haben sich dann nämlich auch gedacht, ach, das nutzen wir doch einfach, diese Terrasse. Und benutzen vielleicht die Kantine auch noch gleich mit. Die sind dann tatsächlich in diesen Betrieb sozusagen von außen eingedrungen. Ja. Und daraufhin hat dann der Arbeitgeber gesagt, nee, also so geht es nicht. Vor allen Dingen auch auf Verlange mit dem Betriebsrat. Das Betriebsrat, also die haben das zusammen entschieden. Und der Arbeitgeber hat dann die Tür einfach zugeschlossen. Genau. Also Betriebsrat und Arbeitgeber waren sich einig. Es sollte natürlich nicht vorkommen, dass jetzt Studenten oder überhaupt Menschen diese offene Türe nutzen, um durch den Park auf die Terrasse zu kommen und von der Terrasse durch die Kantinentür in das Theater zu gelangen, ohne Eintrittsgeld zu zahlen. Ja, letztendlich ist es ja erschleichend von Leistungen, wenn wir es jetzt mal strafrechtlich sehen. Und da hat natürlich der ganze Betrieb ein Interesse daran, sowas zu verhindern. Genau. Und dann hat der Arbeitgeber einfach mal die Tür zugeschlossen. Dann gab es da irgendwie mehrere Diskussionen. Die Tür wurde dann so eingerichtet, dass man sie nur von innen aufmachen konnte. Und dann auch zu bestimmten Zeiten war sie doch wieder offen. Es ging auf jeden Fall hinher, hinher. Und irgendwann hat der Betriebsrat sich entschieden, nee, wir wollen das tatsächlich jetzt mal gerichtlich klären lassen. Besteht da ein Mitbestimmungsrecht bei dieser Modalität, ob die Tür offen ist und vor allen Dingen auch, wann die Tür offen ist? Und dann konnte der Arbeitgeber die Tür einfach komplett schließen, ohne den Betriebsrat an seiner Entscheidung zu beteiligen? Total spannende Frage. Und das, liebe Betriebsratskollegen und Kolleginnen, kennen Sie bestimmt auch aus Ihrer Betriebsratspraxis. Dass es als Betriebsrat tatsächlich manchmal gar nicht so einfach ist, zu beurteilen, liegen jetzt in diesem Fall Beteiligungsrechte vor? Habe ich sogar vielleicht Mitbestimmungsrechte? Genau. Die konkrete Frage war jetzt, ist der Betriebsrat hier in der Mitbestimmung? Genau. Braucht der Arbeitgeber die Zustimmung des Betriebsrats? Wenn der Arbeitgeber in seinem, also aus seiner Welt, in seinem Betriebsgebäude, in seiner Kantine vor allem. In seiner Kantine die Tür verschließen möchte. Ja, also Sie merken bestimmt schon, wie es da knistert. Ja, das ist so ein richtiger Streitthema, ein richtiger Zankapfel. Da, ja, ist so ein ganz schönes Theater im Theater dann darum gemacht, ja. Und letztendlich würden wir prüfen, so wie wir immer als Betriebsräte prüfen, was könnte das denn für ein Mitbestimmungsrecht sein? Und Sie denken bitte, bitte, bitte immer an den Paragrafen 87 Betriebsverfassungsgesetz und in dem sollten Sie sich wirklich zu Hause fühlen. Da sollten Sie wirklich am besten die Nummern aus dem FF beherrschen und wenn Sie merken, Sie brauchen da irgendwie noch Nachhilfe. Oder Unterstützung. Dann empfehlen wir Ihnen die Seminare Betriebsverfassungsrecht, Teil 1 und 2. Da lernen Sie alles rund um die Mitbestimmungsrechte und da wird der Paragraf 87 ganz ausführlich behandelt. Und dann würden Sie bestimmt, genau wie der Betriebsrat in dem Theater, zu dem Ergebnis kommen, ja, hier liegt eine Mitbestimmung vor. Genau. Und so hat auch das Gericht dann da entschieden. Ich schaue gerade mal, es war das LAG Düsseldorf. Das hat gesagt, grundsätzlich ja, das war mitbestimmungspflichtig. Also der Arbeitgeber konnte nicht einfach selbstständig entscheiden, er macht jetzt die Tür zu, sondern er hätte mit dem Betriebsrat zumindest, oder zumindest den Betriebsrat um Zustimmung bitten müssen oder sonst gegebenenfalls auch eine Einigung finden müssen. Und genau, das wollte der Betriebsrat hier festgestellt haben. Weil wir sind im Paragrafen 87. Genau, in der Nummer 8. Genau. Absatz 1 Nummer 8. Hier Sozialeinrichtungen. Ich lese mal kurz vor. Da geht es ja um die Mitbestimmung bei der Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen. Und Sozialeinrichtungen sind ja klassischerweise sowas wie Kantinen oder auch Betriebskindergarten oder was auch immer es noch gibt. Ja, genau. Alle Räumlichkeiten quasi, die von den Arbeitnehmern für soziale Zwecke im Betrieb genutzt werden können. Manchmal sind es auch externe Gebäude. Also es kann ja auch mal sein, der Betriebskindergarten ist vielleicht nicht direkt im Betrieb, sondern gegenüber oder irgendwie über das Betriebsgelände drüber. Aber hier auf jeden Fall, das ist ganz unstrittig, Kantinen sind in jedem Fall Sozialeinrichtungen. Und die Tür der Kantine gehört jetzt erst mal auch dazu. Genau. Das heißt, der Betriebsrat hat hier tatsächlich Recht bekommen, dass ohne seine Zustimmung der Arbeitgeber diese Türe nicht hätte verschließen dürfen. Jetzt können wir noch den Fall ein bisschen abwandeln und uns fragen, wie wäre es denn, wenn es jetzt nicht die Kantinentür ist, sondern einfach eine beliebige Außentüre des Betriebs. Dann haben wir ja keine Sozialeinrichtung, weil der Betrieb an sich ist ja keine Sozialeinrichtung. Und dann könnten wir ja dran denken an den Paragrafen 87 Absatz 1 Nummer 1, wo es um das Ordnungsverhalten im Betrieb geht. Da hat der Betriebsrat ja quasi Mitbestimmungsrechte für das ganze Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb, soweit es nicht das Arbeitsverhalten an sich betrifft. Und ich denke, man kann gut argumentieren, dass man sagt, zumindest während der Arbeitszeiten, wenn natürlich außerhalb der Arbeitszeiten wann und wie der Arbeitgeber die Außentüren verschließt. Das muss dem Arbeitgeber natürlich als Gebäudeeigentümer oder Inhaber überlassen bleiben. Aber während der Arbeitszeiten, wenn da irgendwelche Türen verschlossen werden, kann man durchaus auch dran denken, dass wir auch da in der Mitbestimmung wären, auch wenn es nicht eine Sozialeinrichtung ist. Es sei denn natürlich, wenn der Arbeitgeber jetzt hier wieder irgendwelche arbeitstechnischen Gründe vortragen kann, dass die Türen aus Arbeitssicherheitsgründen oder Gesundheitsschutz oder Feuerschutz oder was auch immer verschlossen bleiben müssen, dann würden wir aus der Nummer 1 natürlich wieder rausfallen. Aber einfach so, um mal zu sehen, man kann einfach immer durchprüfen, was passt denn hier und dementsprechend auch argumentieren. Und das hat der Betriebsrat hier auch gemacht, um einfach auch mal klarzustellen, wo überhaupt alles Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bestehen. In dem Fall ist es natürlich so, dass man weiß, auch aus der Presse, dass es ein langjähriger Streit ist zwischen Geschäftsführer und Betriebsratsvorsitzenden. Und das ist eigentlich ein spannendes Thema, auch für Sie, liebe Betriebsratskollegen. Es ist ja oft auch so eine Abwägung, wo streitet man sich jetzt, wo setzt man sich wirklich auch gerichtlich durch und wo lässt man vielleicht auch um des Betriebsfriedenwillens Dinge mal auf sich beruhen. Das ist natürlich eine spannende Frage, die sollten Sie für sich gemeinsam mit Ihrem Betriebsratsgremium klären, wo es sich lohnt, sich mal wirklich durchzusetzen und wo es aber auch vielleicht okay ist, mal in Acht zu geben, um nicht ewig Streitereien im Betrieb am Laufen zu haben. Genau. Aber ja, vielleicht schneiden wir noch kurz an, wie setze ich mein Mitbestimmungsrecht nach 87 durch als Betriebsrat. Das mache ich ja im klassischen Fall immer durch eine Betriebsvereinbarung in den meisten Fällen. Und gerade jetzt noch mal bezogen auf die Nummer 8 bei Mitbestimmungsrecht bei Sozialeinrichtungen, da kann ich ja Mitbestimmungen bestimmen bei Form, Ausgestaltung und Verwaltung dieser Sozialeinrichtungen. Also wenn wir uns jetzt nochmal an diese Kantine erinnern, dann kann ich da tatsächlich mitbestimmen, wann hat denn die Kantine offen? Da kann ich eine BV abschließen mit dem Arbeitgeber und regeln, wann sind die Öffnungszeiten der Kantine. Vielleicht habe ich Mitarbeiter, die morgens um 7 kommen, die gerne schon hätten, dass die Kantine um 7 schon auf hat. Vielleicht habe ich Mitarbeiter, die lange arbeiten, die vielleicht um 20 Uhr gerne nochmal sich einen Snack holen möchten oder sowas. Das kann geregelt werden in der BV. Die Rechtsform kann geregelt werden. Das kann geregelt werden, möchte ich einen externen Catering Service, möchte ich Leute anstellen, die da arbeiten. Wie viele Leute sollen das sein? Genau, dann einfach auch so Benutzungsregelungen vielleicht. Wie soll man sich verhalten? Soll, weiß ich nicht, das Geschirr selbstständig zurückgebracht werden? Soll es eingesammelt werden von den Mitarbeitern? Auch die Ausstattung an sich, was für Geschirr wird da benutzt, Tische, Stühle. Also da habe ich tatsächlich, wenn ich da mal reinschaue in die kleine Nummer 8 und da tatsächlich mich mal mit so einer BV befasse, dann gleich wieder ein ganz, ganz großes und weites Feld an Mitbestimmung. Ich kann natürlich nicht entscheiden, ob ich eine Kantine bekomme oder nicht. Das ist immer noch Entscheidung des Arbeitgebers. Aber sobald der Arbeitgeber sich dafür entscheidet, ich habe eine Kantine im Betrieb, dann hat der Betriebsrat da auch ein Mitbestimmungsrecht, wie denn die Kantine genutzt wird, wie die ausgestaltet wird, genau, was es da für Öffnungszeitenregelungen gibt und so weiter. Und das kann ich dann durch eine BV regeln. Genau. Ja, in diesem Sinne, liebe Kollegen, hoffen wir, dass auch Sie weiterhin Spaß haben mit Ihrer Kantine, wenn Sie eine haben. Und mit den Öffnungszeiten zufrieden sind. Ansonsten wenden Sie sich an Ihren Betriebsrat. Und dass Sie auf gar keinen Fall ausgesperrt werden von Ihrem Arbeitgeber, denn das wäre fatal, vor allem als Betriebsräte. Da wissen Sie hoffentlich auch entsprechend, wie Sie dagegen vorgehen können. Genau, wir verabschieden uns und wünschen Ihnen alles Gute. Bis dahin, Ihre Franziska Hortalo und Sandra Becker. Bis dahin, Ihre Franziska Hortalo und Sandra Becker. Vielen Dank.